Wasting my time Mano Leute, hier zurück bei Destiny mit einer Erklärung zu einem Beutzug Und zwar den hier, mach einen Regenbogen Verdiene schnell deine Primärwaffen, Spezialwaffen und schwere Waffen Strähne und Regenbogenmedaillen zu verdienen Ja, das macht ihr am besten jetzt im Moment im Dämmungs-Strike Und zwar macht ihr das dann direkt im Anfangsgebiet Geht einfach rauf, könnt ihr auch alleine rein, ist ja egal Und dann sehen wir uns gleich im Anfangsgebiet wieder Und dann erklären wir noch ein bisschen was anderes So, hier im Anfangsgebiet angekommen Ja, ihr nehmt am besten auch ein Schwert mit Dann halt, ja ist eigentlich egal, welche Waffen ihr mitnehmt Aber schwer ist natürlich besser, um diese Strähne für schwere Waffenkill zu kriegen Dafür nimmt natürlich auch am besten eine Schwer-Synthese mit Den setzt ihr auch gleich direkt ein So, das heißt, drei Kills am Stück ist eine Strähne Und dann einfach mal loslegen Was ist denn jetzt los hier? So, machen wir was hinkriegen Müssen auch recht zeitnah gemacht werden So, Primärwaffensträhne ist eine da So, jetzt gehe ich hier weiter und mache hier mit der Schrute weiter So, noch eine Strähne, Spezialwaffensträhne Jetzt nehme ich mein Schwert So, das habe ich noch eine Strähne bekommen Und jetzt gucken wir mal eben kurz, was es gebracht hat Da muss ich mir mal kurz mit in Deckung gehen hier Das geht hier gerade ordentlich ab So, mal gucken, wie viele Strähnen waren das jetzt? War das eine Medaille oder drei? Insgesamt war das eine Okay, also das musst du jetzt immer wieder machen Und dann bekommt ihr nachher natürlich den Loot So, ich mache es mal eben hier So, Primärwaffensträhne wieder Dann nimmt ihr jetzt hier ein Schwert Oder spielt da was, ist egal Nimmt ihr einfach auf ihr Dreierkiller am Stück Wie gesagt, alles zeitnah So, jetzt sind wir dann eure Schrute Schrute Kommt eher näher So So, jetzt habe ich vielleicht keine Muni mehr Das ist natürlich Mist So funktioniert es nämlich nicht So, jetzt habe ich keine Muni mehr Das heißt, ihr müsst erst mal ein bisschen so rumfahren Aber so, jetzt geht es die ganze Zeit weiter Bis ihr dann fertig seid Und das könnt ihr jetzt zehnmal machen Dann müsst ihr jetzt noch nicht ständig in den Strike rein So, dann macht es einfach in dem Gebiet Immer wieder, immer wieder Wieder einmal Primär Dann Spezial Und dann Schwere Und das macht ihr, wie gesagt Andauernd Und dann habt ihr den Beutzug auch schnell fertig In fünf Minuten Und dann läuft es auch Ja, mehr gibt es noch nicht zu zu sagen Macht es Und dann kriegt ihr ordentlich Loot Mal gucken, was es noch nicht so gibt Es gibt da Ja, Erfahrung 10.000 Vorhutruf 200 Wegen der Gegenstand Und wegen der Marken 10 So macht man das Ihr müsst nicht fünfmal Strikes machen Sondern einfach nicht in Anfangs Wie geht ihr im Moment bei Dämmerung Das läuft Und schon seid ihr dabei Bis zum nächsten Mal Tschüss